Hey Leute, ihr habt schon den Titel gesehen. Heute sprechen wir mal darüber, wie sieht eigentlich der optimale Triathlet aus. Zumindest, also jetzt nicht so vom Aussehen, sondern von der physiologischen Seite. Und direkt eins vorweg, das Ganze machen wir auch schon nochmal für TriathletInnen. Völlig klar, da fehlen mir gerade noch ein bisschen die Daten. Ich bin aber dran und habe da noch ein bisschen Geduld. Und das ganze Thema werden wir sowieso nochmal an anderer Stelle viel großzügiger und umfänglicher behandeln. Wenn wir das hier aber auf der Triathlon Crew machen, dann machen wir das eben so, wie wir das immer machen. Nämlich wir nehmen uns dafür Zeit und machen das mit der nötigen Qualität. Und wenn das ein Jahr dauert, dann dauert es ein Jahr. Ich habe nämlich letztens noch einen Kommentar gesehen bei der Pro Bike, da hieß es, ja wir haben das versprochen und noch nie gemacht. Ja, weil wir auch noch nicht mit dem Ergebnis zufrieden sind. Also das mal vorweg. So, also wir überlegen also heute mal, wie hoch muss eigentlich so eine V2 Max und auch eine VLA Max sein. Weil das wird immer wieder auch in den Kommentaren von euch gefragt. Und wir machen das heute einmal für den Age Group Bereich Richtung Hawaii Quali und dann einmal für den Profi Bereich. Wir gucken auch noch ein bisschen aufs Körpergewicht. Das werde ich aber sehr kritisch diskutieren. Denn ihr wisst ja selber, wenn man mal sich die Weltspitze anschaut, dann sehen die ja alle anders aus. Und das besprechen wir dann jetzt. Also direkt ab in die Präsentation. Also dieses Diagramm, das kennt ihr schon, das habe ich letztens schon mal gezeigt. Also nochmal ganz kurz, hier auf der x-Achse haben wir die Leistung, auf der y-Achse den Substratverbrauch. Also wie viele Fette und Kohlenhydrate verbrauchen wir in Gramm pro Stunde. Und dann diese Fläche ist das Fett und diese Säulen sind die Kohlenhydrate. Und dann wisst ihr ja, eine Fettoxidation steigt erst und flacht dann ab Richtung Schwelle. Und die Kohlenhydrate hier in Rot werden immer mehr. Logisch. Umso intensiver ihr fahrt, desto mehr verbraucht ihr an Kohlenhydraten. Also ich habe jetzt hier mal einen Athleten genommen. Der hat einen 60er Foulsermax. Und ich bin der Meinung, wenn man das mit einer Foulermax von 0,35 kombiniert, dann ist man schon sehr konkurrenzfähig. Bei einem Körpergewicht von 75 Kilo und ein Körperfettanteil von mir aus 15,5 oder 10 Prozent. Das ist eigentlich alles sehr realistisch. Da hat man eine Chance mit einer 300 Watt Schwelle sich für Hawaii zu qualifizieren. Vielleicht jetzt nicht in der M30, M35 im Toprennen in Frankfurt. Vielleicht aber auch dort, wenn man das gut paced. Und das ist ja jetzt auch gerade mal hier nur alles auf den Radpart gemünzt. Und wenn du noch ein guter Läufer bist und auch noch gut schwimmen kannst, das ist ja sowieso Teil des Ganzen, dann hast du damit sehr gute Chancen. Dein Fatmax liegt dann um und bei bei 215 Watt. Du hast eine MFO, die wirklich auch schon konkurrenzfähig ist mit 0,82, also knapp 50 Gramm pro Stunde. Und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, dann wirst du einen Kohlenhydratverbrauch von 39 Gramm bei 165 Watt haben. 65 bei 200 und 105 Gramm bei 235 Watt. Und das ist durchaus etwas, wo wir dann kalkulieren können, ja Moment mal gerade, das ist schon konkurrenzfähig. Also ob dann 5 Stunden reichen, ich habe das hier sehr defensiv angenommen, darüber kann man streiten. Vermutlich muss man ein bisschen schneller fahren, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich habe jetzt mal quasi alle Ironman-Rennen, die es so gibt, übereingebracht und mal geschaut, okay, meistens braucht man so 5 Stunden knapp drunter. Ja, und dann hat man hier eine Differenz, sorry, von 110 Gramm. Somit hat man also Potenzial auf 235 Watt locker und dann kann man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr fahren und dann wird es auch schneller. Also wenn ihr bis an die 250 Watt rankommt, dann ist das definitiv etwas, womit man sich für den Ironman Hawaii qualifizieren kann. Also klar, weitere Baustellen sind natürlich auch Rollwiderstand, Aerodynamik und so weiter, das ist ja euch allen bewusst. Da habt ihr auch hier schon echt viel Wissen bekommen, Aerotestergebnisse und so weiter. Aber das mal so als Idee, wie viel muss man denn eigentlich können, weil das ist ja immer das, was euch beschäftigt. Also wie gut muss man sein? Nochmal, ich kann das jetzt hier nicht für alle Altersklassen durchspielen, weil klar ist, umso älter man wird, desto niedriger wird vermutlich die VZ Max im Mittel. Das ist auch das, was wir hier so sehen. Da geht es eher darum, dieses Niveau immer wieder zu reizen und auch damit dann so zu halten, ja, also die richtigen Trigger immer wieder rumzusetzen. Und gleichzeitig zu gucken, okay, wie kann man die Rate noch optimieren, wie kann man die Aerodynamik noch optimieren. Weil das kommt natürlich echt dazu, also was Leute mittlerweile aus 235 bis 250 Watt für eine Geschwindigkeit rausholen, das ist schon sehr, sehr enorm. Weil die meisten von euch sind ja schon mal bei dem Aerotest gewesen, haben, lesen sich Reifentests durch und so weiter. Das ist ein ganz separates Thema für sich, aber das zeigt eben, man muss gar nicht so viel Leistung treten. Und eine Windschatten-Diskussion führen wir bitte jetzt hier nicht in den Kommentaren, dann wird es ja noch deutlich weniger. Aber es geht eigentlich darum, um so wenig wie möglich zu treten natürlich und dann so viele Kohlenhydrate wie möglich zu sparen, um dann noch einen schnellen Marathon laufen zu können. Und vor allen Dingen, und das kann ich immer nur wieder sagen, müsst ihr wirklich schauen, dass euer Schwimmen passt, weil da habe ich schon ganz viele Rennen auch irgendwie, ja, gesehen, dass die verloren gehen. Weil mit einer Stunde 10 wird es dann schon echt schwierig, weil die meisten Jungs und auch Mädels vor allen Dingen auch, die schwimmen meistens im Schnitt sogar auch echt besser, finde ich sogar, für die allgemeine Leistungsfähigkeit. Unter einer Stunde, knapp um die Stunde muss es schon sein mittlerweile. So, und jetzt, ganz spannendes Feld, wie sieht das eigentlich beim Profi aus? Und jetzt ist es nicht so, dass ich jetzt hier eine 80er, 85er VZ Max angenommen habe. Warum? Ich glaube schon, dass man dort diese Potenzial aufbauen muss. Also, dass man zu einem gewissen Saisonzeitpunkt über 80 Milliliter auch mal kommen muss. Vielleicht auch Richtung 85, weil wir brauchen in der Weltspitze wirklich eine absolut geringe Fauler Max. Das ist das, was meiner Meinung nach auch die Top-Top-Jungs ausmacht. Die haben eine sehr niedrigere Fauler Max, also 0,2 bis 0,3 maximal. Das heißt, die haben sich hoffentlich vorher eine hohe Fauler Max aufgebaut. Das wäre immer zumindest meine Idee von Training. Und dann langfristig eben das abzuschöpfen. Wenn ich aber keine über 80er Fauler Max mal habe, dann werde ich mich schwer damit tun, auch im Wettkampf zum gegebenen Saisonzeitpunkt eine Fauler Max zu haben, die einer 78 entspricht. Also, wenn ich nur einmal die 78 erreicht habe und dann schon abschöpfe, werde ich mich wahrscheinlich auf eine flache 70 abschöpfen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also, erst mal richtig den Motor aufbohren, richtig groß machen und dann schauen, dass man dann die Fauler Max senkt. So, Körpergewicht habe ich jetzt hier mal eine 72 angenommen, bei einer Größe von 1,85. Dann haben wir den BMI. Das ist ein ganz schwacher Parameter im Grunde, aber damit ihr eine Orientierung habt von 21 Kilogramm durch Meter Quadrat. Und Körperverhältanteil in der Weltspitze sind wir da um und bei, bei 5 Prozent. Da sollte es auch hingehen. FTP haben wir schon durchaus 400 Watt, ja, knapp drunter vielleicht. Vielleicht, das ist ja jetzt wirklich ein Idealbild, vielleicht in Aeropositionen dann ein bisschen geringer. Also, aber wir haben schon 5 bis 5,5 Watt pro Kilogramm. Die müssen schon sein, weil wir wollen ja in der absoluten Weltspitze um die 4 Watt pro Kilogramm fahren. Hier in dem Fall wären es 4,2 Watt. Und interessant, und das ist halt der ganz große Unterschied, schaut euch das mal an. MFO bei FatMax sind 1,3 Gramm pro Minute, also um und bei 80 Gramm pro Stunde. Wenn man das an Fett oxidieren kann, dann ist das echt schon mächtig. Gleichzeitig nur 93 Gramm verbraucht. Wie gesagt, alles im Modell, in der Realität wird das höher sein, weil man mal ein paar Belastungsspitzen fahren muss und so weiter, mal im Wiegetritt gehen. Aber umso niedriger hier die Differenz im Modell ist, desto eher ist das natürlich auch draußen umsetzbar. Das hier sind absolute Weltklasse. Sachen, das ist das, was ich halt wirklich simuliert habe für jemanden, der, ja, weiß ich nicht, jeden Ironman auf dem Rad quasi mitbestimmen kann. Und das Ganze sehen wir dann ja hier, wenn man 4 Stunden 15 fährt mit einer Aufnahme von 80 Gramm. Ich denke, die Profis können teilweise auch noch einen Tick mehr machen, wenn sie das gut trainiert haben. Dann gehe ich ja gerade mal im Modell eine Differenz von 55 Gramm ein, also sehr gering. Es wird in der Realität deutlich mehr sein, das ist mir bewusst. Ja, aber dementsprechend kann man hier echt schon richtig Gas geben. Und das Interessante ist halt auch hier, wenn man das dann mal nach Coggen und Ellen annimmt, liegen die auch in diesem Bereich. Ja, nur es bringt mir halt nichts, irgendwie eine Range von 40 Watt zu haben. Also was soll der Profi jetzt machen? Soll er 310 Watt fahren oder 270? Das ist ja wirklich, da sprechen wir wahrscheinlich bei 40 Watt, ja, von 10 Minuten und mehr im Ironman, die er dann verlieren würde. Und das ist ja nicht wirklich dann das, wo wir in der Weltspitze auch hinwollen. Also nur das mal so als, ja, Annäherung, wie gesagt, eine realistische Annahme, würde ich immer hier nochmal in Klammern setzen, weil dafür muss natürlich schon echt viel zusammenkommen. Und das Ganze gilt natürlich jetzt nicht für ein Rennen auf Hawaii. Also wenn die Thermoregulation zum Beispiel derart viel Energie schon raubt, dann wird diese Schwelle, die ich dann wirklich auch fahren kann, oder die Pace, die ich dann auch wirklich fahren kann im Rennen, also nicht nur die Schwelle, sondern auch wirklich die Pace im Wettkampf, deutlich sinken. Weil eben auch der Kohlenhydratverbrauch, das wissen wir, unter höheren Temperaturen steigt und so weiter. So, und bevor hier noch tausend andere Nachrichten, Notifications reinkommen, sind wir hier auch am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt jetzt eine bessere Orientierung, wo ihr hinwollt oder hinmüsst, wenn ihr mal einen Quali-Wettkampf bestreiten wollt. Wie gesagt, das ist nur eine Möglichkeit. Es gibt auch Möglichkeiten, eine höhere Faulermax zu haben und so weiter. Aber aus dem letzten Video wissen wir ja schon, dass die Faulermax für den Ironman eigentlich wichtiger ist. In diesem Sinne, trainiert fleißig. Die Rennen kommen diesen Herbst bestimmt. Und dann wird es Zeit, viel K.A. zu trainieren, also Kraftausdauer. Viel Race-Pace-Training, so wie das in unserem Plan mit dem Darn in der Peak-Phase auch vorgesehen ist. Also in diesem Sinne, euch viel Spaß beim Training. Bis demnächst. Ciao, ciao.